Heute schauen wir uns nochmal die Meeresangeltour an, die wir buchen können für entweder 0,95, also sagen wir mal für ein Gold oder für 1395 Silber. 5 Stunden in-game, also 5 Tage in-game und 3 mal können wir das Ganze machen, jetzt erneut. Also ich bin gerade mit einem Tutorial Account im Game, gerade eben Level 10 und mit diesem Account gehen wir jetzt gleich nochmal ans Norden. Und testen, was man denn da effizient machen kann. Sollte man mit Level 10 im Game zum Nordmeer gehen? Naja, wenn du das Game richtig lernen willst und richtig klarkommen willst im Game, würde ich sagen, zieh erstmal durch bis Level 20. Komm erstmal klar im Game, bis Level 20 ist quasi alles noch Tutorial. Es wird alles Stück für Stück so ein bisschen erklärt, beziehungsweise man kommt so ein bisschen rein, man geht die verschiedenen Gewässer und Angelarten durch und man lernt erstmal so ein bisschen die Basics. Grob gesagt kann man auch fast sagen, die ersten 300 Stunden bist du locker noch Anfänger im Game. Wenn du halt mit Level 20 sagst, ma jetzt zieht sich das alles so langsam, ich brauche vielleicht auch noch ein bisschen Silber, ich will mir ein besseres Setup kaufen und so weiter und so weiter. Dann kann man mal sagen, okay jetzt gehen wir rein, jetzt gönne ich mir das Nordmeer, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Cash. Für die Angeltour klicken wir hier oben auf Details und gönnen uns das Ganze hier für nicht mal ein Gold oder eben für 1300 oder 1400 Silber. Kratsching, gekauft und jetzt wird auch hier der Flug sozusagen frei. Hier ist ja immer noch alles rot oben, wenn wir die anderen Gewässer nehmen, hier auch und dann ab dem Nordmeer, das ist dann quasi frei. Okay, es verbleiben fünf Tage, also sobald wir da jetzt hinreisen, verbleiben dann eben die fünf Tage, das läuft dann und auch wenn ihr an einem anderen Gewässer dann seid und mal zwischendurch wieder vielleicht zur Belaya wollt oder sowas, dann läuft diese Zeit weiter. Das ist wie so ein Bootsticket, fünf Stunden, wenn man das durchzieht, dann hat man was davon, wenn man die fünf Stunden natürlich nicht komplett ausnutzt, ist es eher schlecht. Also gut planen, gut überlegen und ganz wichtig, richtig viele Informationen vorher holen, damit ihr mit viel Infos rechtzeitig hier dann an dem Gewässer seid und dann das auch nutzen könnt, alles was ihr vorher gelernt habt. Denn das Nordmeer ist nochmal gänzlich anders im Vergleich jetzt hier zum restlichen Game. Eine Art Game im Game, nochmal ein ganz anderes Ding. Wir gucken mal ins Inventar und wir haben tatsächlich hier jetzt so eine kleine Markierung. Das ist für die Reisedauer hier unser Setup. Na, dann halten wir mal U gedrückt, ziehen uns das jetzt hier rein, den ganzen anderen Schnick-Schnack vom Süßwasserangeln tun wir zurück und ich drücke hier jetzt nochmal eins und wir haben hier das Setup. Also die Saltmaster Offshore, ein vernünftiges Gerät, 38 Kilo Tragfähigkeit, passt, richtig schön empfindlich, da können wir auch die kleinen Fische gut mit erkennen, falls da ein bisschen was dran rumzuppelt. Dann haben wir hier drauf die Asimuth als Rolle, die hat 27 Kilo Bremskraft, also auch ein richtig schön stabiles Teil und damit gehen wir dann rein. Und sollte hier mal irgendwann irgendwas vielleicht kaputt gehen, weil man ein bisschen Fettfinger hat und weil man vielleicht doch noch nicht so ganz klar kommt im Game, dann nicht so schlimm. Einpacken das ganze Setup, auspacken das ganze Setup und es ist alles wieder da. Das heißt, das Setup wird einem gestellt für die Dauer dieser Tour, also keine Sorge, es kühlt alles wieder. Gucken wir nochmal kurz ins Inventar, beziehungsweise wir haben das ja schon ausgewählt, können wir hier was ändern. Ja, wir haben hier tatsächlich eine ganze Menge Auswahl an verschiedenen Ködern. Also theoretisch können wir hier mit allen Ködern gut klarkommen. Anfangs, als das Nordmeer neu war, war der Bond 125 05 richtig gut. Nachts kann man natürlich auch mal sowas hier, was Fluoreszierendes verwenden. Und ansonsten gehen aber auch verschiedenste kleine Köder immer wieder ganz gut. Wenn ihr ein bisschen tiefer unterwegs sein wollt, versucht eher die zu nehmen, die auch ein bisschen schwerer sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einer 34 Meter Sandbank unterwegs ist oder 41er Sandbank, dann kann man da schon mal gut reingehen, denn dann sinken die Köder schneller runter. Grundsätzlich könnte man natürlich auch vom Land aus angeln. Ich gucke gerade mal eben rein. Meeres Jig. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Wenn wir jetzt mal eben hier auf O drücken. Meeres Angeln pushen wir natürlich jetzt. Das heißt, das geht jetzt schon vorab. Wir haben jetzt quasi die Möglichkeit, durch diese Tour hier schon die Prozente zu machen. Also, wenn wir die Tour dreimal kaufen, das heißt, wir haben 15 Stunden insgesamt Zeit, können wir hier theoretisch schon richtig reingehen. Wir könnten natürlich auch in die Verwaltung gehen und uns hier, wenn wir schon die ersten Kohlen haben, das Buch holen mit den ersten 30%. Das, also hier kriegt man die ersten 30% sofort frei. Das würde ich allerdings in dem Fall als Low Level nicht machen. Das kann man machen, wenn man eh schon ausreichend Silber hat. Oder man kauft sich das eben auch nochmal für 5 Gold. Dann hat man eben hier schon mal die ersten Prozente. Also, das könnte man natürlich machen. Dann kann man schon ein bisschen mehr nutzen. Wir gucken gerade nochmal eben rein. Meeres Angeln. 30%, 25%. Ja, guck, Meeres Jig könnten wir dann schon verwenden. Aber, keine Sorge, wir kriegen schon relativ schnell Punkte. Die ersten paar Prozente, die machen wir hier bestimmt schnell. Also, die Zeit läuft. Lohnt es sich noch etwas anderes zu kaufen? Nicht unbedingt, aber ja, man kann. Und da gucken wir nochmal eben rein. Meeres Tackle. Dann gucken wir hier nach den Pilkern. Und ein Pilker, der halt immer wieder the one and the only ist. Lurker 100. Hier ist er. Das Teil funktioniert immer wieder ganz gut. Nur 100 Gramm, aber trotz allem nehmen wir den. Oh, kein Silber dafür. Okay, dann nutzen wir hier Tutorial-Account-mäßig einfach das Gold. Aber wie gesagt, für 116 Silber kann man das machen. Keine Sorge, das Silber kommt relativ schnell hier auch rein. Was machen wir denn jetzt als erstes? Theoretisch könnte man auch ganz viel vom Land aus angeln. Aber, weil wir ja mit dem Boot jetzt hier unterwegs sein können, wir haben ja mit der Bootstour auch automatisch das Bootsticket gekauft. Alter, solche Riesenheilboot, die wollen wir lieber nicht mit fast 200 Kilo. Also wir haben ein Bootsticket in der Tour. Und wir sehen hier, das Bootsticket für 5 Stunden würde, ja, eigentlich schon fast die gesamte Tour kosten. Also eigentlich sind die Tourkosten jetzt hier mit den Prozenten, ist das sogar noch ein ganz guter Kurs. Ohne kostet das fast 400 Silber. Also ist das schon ein richtig guter Kurs. Da ist der kleine Kahn und da gehen wir jetzt rein. Übrigens, jetzt mit dem aktuellen Patch, der rauskommt, gibt es noch ein paar kleine Veränderungen, ein paar schöne Gimmicks zum Meeresangeln. Also es wurde ein bisschen was optimiert, ein bisschen was ideal gemacht fürs Meeresangeln. Lasst euch überraschen, das sieht doch alles bestimmt ganz gut aus. Ich bin auch schon ganz gespannt, was wir hier oder wie das Meeresangeln dann noch wird und was noch alles dazu kommt. Es wird nichts Großartiges. Es sind noch so ein paar kleine Optimierungen. Also, was machen wir als erstes? Idealerweise, wir haben ein kleines Setup. Starten wir hier im Fjord. Man kann sagen, diese gesamte Map, Meeresangeln, besteht aus zwei Maps. Das gesamte Meer und der Fjord- und Küstenbereich. Ideal ist es natürlich, wenn wir Fische fangen, die nicht so tief sind. Das heißt, es dauert nicht so ewig lange, bis es absinkt. Und wir haben sofort einen Biss und ziehen raus. Es sinkt wieder ab, wir haben sofort einen Biss und es zieht raus. Wenn wir erst auf 70 Meter Tiefe warten müssen, bis da irgendwas unten, bis der Köder angekommen ist, dass wir da eben auf Grundnähe angeln können, dann braucht das also ewig lang. Deswegen empfiehlt es sich tatsächlich hier, 5 Meter Tiefe. Hier ist so ein Riff. Und wir sehen es auch hier auf der blauen Map. Da fahre ich jetzt genauso dran. Zack, Motor aus. Und wir sehen es eben auch hier in diesem Bereich. Also, ich bin zum einen jetzt hier im blauen Bereich. Hier ist quasi die höchste Stelle. Und hier sehen wir dann eben auch die Populationen. Das sind nicht direkt Fische. Das sind Populationen. Wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, wie das alles funktioniert. Es gibt jede Menge Videos auch natürlich auf dem Kanal. Es gibt auch ein Video zum Echolot. Was sieht man auf dem Echolot? Wie funktioniert das Echolot? Wo befindet sich das Echolot? Und so weiter. Also, das nutzt man auf jeden Fall, das Echolot. Und dann geht es auch schon los. Wir steigen aus. Idealerweise stellt man sich hier vorne so ein bisschen daneben, dass man auch weiß, wo man ist. Und dann nimmt man einfach hier... Ich nehme jetzt einfach den Köder, der original dran ist. Einfach mal gucken und testen. Wir müssen ausprobieren. Wir müssen auch gar nicht weit auswerfen. Also, einfach nur kurz anklicken. Hier geht es darum, dass der Köder einfach nur ins Wasser runterfällt. Wir angeln quasi immer nur senkrecht. Wir müssen nicht geradeaus rauswerfen. Das Auswerfen kostet zusätzlich Verschleiß. Das ist natürlich auf dem Setup, was wir haben, nicht wirklich relevant. So, nächster Schritt. Wir sehen, guck mal, die Schnur ist schon ganz locker. Wir sind jetzt hier auf 10 Meter. Wir haben 10 Meter Schnur, haben wir schon rausgelassen. Das können wir erkennen, weil wir diese Schnur verwenden. Jeder Farbabschnitt sind immer 5 Meter. Das heißt, solange man diese Schnur hat, hat man auch da unten in dem Bereich diese Anzeige jetzt gerade hier auf 10 Meter. Also, ausgeworfen. Wir haben Grundberührung offensichtlich. Das heißt, wir kurbeln jetzt noch einmal an. Und jetzt haben wir so ein bisschen Spannung. Siehst du das? Vorne an der Spitze. Jetzt haben wir die Spannung. Und jetzt können wir mit der rechten Maustaste hier so ein bisschen auch ins Pilken gehen. Das heißt, einfach so ein bisschen drücken. Ich kann sogar noch mal ein bisschen mehr vielleicht ziehen. So, wir haben Bewegung in Grundnähe. Und wenn wir jetzt hier auch schön reinpilken, haben wir zusätzlich dann auch noch das Pilken. Also, diese zwei Sachen. Alleine Bewegung in Grundnähe ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Und dann müssen wir eben gucken, dass das Pilken noch dazu kommt. Das heißt, vielleicht noch mal ein bisschen Schnur einkurbeln. 1, 2 Umdrehungen. Und dann haben wir auch schon Biss. Na, guck. Erster Biss. Geht auch schon rein. Und es ist gar nicht so tief. Zack. Sofort Level abgemacht. Sofort Level abgemacht. Und sofort die ersten 2% im Meeresangeln bekommen. 3000 XP insgesamt. Klar, jetzt gerade natürlich mit Happy Hour. Aber auch normal jetzt hier eben 800 Points dafür. Das ist doch schon mal gut. Und wir haben mit Level 11 jetzt auch noch ein Spinning Setup gekriegt. Das zählt natürlich alles für Low Level. Wenn du Fragen hast zum Leveln allgemein. Wie kommt man da rein? Was ist wichtig im Game? Komplett die Tutorial Serie 2023 durch Bingen bis zum Geht nicht mehr. Und dann nochmal von vorn. Tutorial Serie 2023. Ich habe die Tage auch nochmal reingeguckt. Es ist alles drin, was man wissen muss. Wenn man das durch hat, dann hat man zumindest 5000 Fragen beantwortet. Und dann klappt das auch. Dann läuft das auch rund hier mit diesem wirklich schwierigen Game. Und jetzt beim Meeresangeln ist das natürlich wirklich nochmal ein schöner Push. Zum einen XP mäßig, zum anderen Silber mäßig. Guck mal hier. Sofort 5 Meter Grundberührung. Wir gehen sofort wieder in die Spannung. und können sofort wieder Gas geben. Das ist dieser Riesenvorteil hier im Fjord. Und eben auch hier an diesem Riff. Was jetzt natürlich dann die Frage ist, welcher Köder ist am interessantesten. Und wir gucken natürlich auch immer mal wieder hier aufs Echolo. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Können auch hier so ein bisschen rumlaufen natürlich. Und dann gucken wir gleich auch nochmal. So, richtig schön rein ins Pilken. Wir testen gleich nochmal hier diesen Bond und den Köder, den ich gerade gekauft habe. Den Lurker. Das sind halt so Klassiker, die halt immer wieder ganz gut funktionieren. So, richtig schön rein. Absinken. Ab nach oben. Absinken lassen. Wir können hier die ganze Zeit nur mit einer Route hantieren. Man kann hier nichts abstellen. Wir können keine zweite Route auf Grund auslegen. Oder, oder, oder. Also das macht alles hier keinen Sinn. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir mit diesem Setup hier einfach nur klarkommen und das bestmögliche Ergebnis haben. Übrigens hier starkes Pilken steht jetzt hier gerade. Das wollen wir am besten nicht. Diese starke Pilken, das ist dann vielleicht für später interessant. Wir versuchen hier mal nicht ganz so hoch zu ziehen. So, mal gucken, geht es mal langsam weg. Und ich gehe auch nochmal, mache den Bügel nochmal auf mit Enter. Nochmal ein bisschen absinken lassen. Guck mal, wir treiben hier gerade weg, ne. Wir treiben jetzt gerade so ein bisschen. Sind wir jetzt vielleicht schon ein bisschen daneben. Immer noch jetzt hier auf 15 Meter Tiefe. Aber das passt noch soweit. Und jetzt wieder ganz normal ins Leichte pilken. So wollen wir das rein, genau. Und wir treiben. Wir haben hier auf dem Meer ständig eine Drift. Das heißt, wir müssen immer gucken, in welche Richtung driftet das Meer uns. Und wo treiben wir hin. Ab 12 Uhr und ab 6 Uhr. 6 Uhr und 12 Uhr Ingame-Zeit. Wir haben jetzt gerade einen Driftwechsel gehabt. 12 Uhr. Wir haben jetzt gerade gleich 2 Uhr. Das heißt, wir driften jetzt gerade in die andere Richtung. 6 Uhr, also 18 Uhr, driften wir wieder zurück. Und dann wieder 12 Uhr nachts geht es wieder. Also die Drift geht halt immer hin und her. Wir driften quasi immer hier so ein bisschen schräg rein und raus. Ein bisschen hin und her. Und ja, ist quasi so ein bisschen Ebbe- und Flut-mäßig. Ja, jetzt pilke ich hier schon ein paar Mal. Es passiert nichts. Also ich wechsle hier direkt auf einen anderen Köder. Wie vorhin schon gesagt, hier dieser Bond 125 ist eigentlich immer ganz gut. Und ich gucke jetzt auch nochmal mit Y hier hinsetzen. Übrigens die ganzen Anzeigen. Ihr seht das oben rechts in der Ecke. U-Boot rufen. Das ist jetzt nur für Premium. Aber das Echolot kann man ein bisschen einstellen. Den Trollinggang anmachen. Muss eigentlich nicht sein. Würde ich anfangs einfach lassen. Motor starten, aufstehen und so weiter. Das ist ja da alles erklärt. Wir starten jetzt mal den Motor. Fahren einfach mal ein bisschen vorwärts. Auch nicht ganz so schnell. Denn wir wollen jetzt mal gucken, was denn... Guck mal, hier geht es jetzt gerade den Berg wieder hoch. Hier sieht man es auf dem Echolot. Und wir wollen genau hier auf diesen Kamm. Jetzt fahren wir mal da vorne an die Spitze. Da wollen wir jetzt genau hin. Und mal gucken, ob da nicht so ein bisschen größere Spots sind. Was wir auf dem Echolot sehen, sind wie gesagt Spots und Population. Es sind keine... Guck mal, das ist doch nicht so schlecht hier. Es sind nicht direkt Fische, die wir sehen. Wir sehen also die Möglichkeit, dass da Spots sind. Ich drehe jetzt hier nochmal. Und dass da Populationen sind. So, jetzt haben wir die da vorne. Die beiden Fische hier in der Mitte. Und da sind wir jetzt gleich wieder. Vielleicht verschwinden die auch gleich nochmal. Ne, wir sind ein bisschen dran vorbei. Ich fahre nochmal eine Runde. Dass wir da ungefähr diesen Spot anfahren. Oh, das war schon viel zu schnell. Wobei das hier eigentlich auch nicht schlecht ist. Wir fahren mal hier noch ein bisschen weiter. Hier vorne ist nochmal so eine Ecke, die immer wieder ganz gut funktioniert. Hier, hier. Ja, genau. Und das, genau das suche ich. Jetzt fahre ich wieder zurück. Fische in der Tiefe von ungefähr... Oh, hier sind auch wieder welche. Von 10 Metern unter drunter. Oder sagen wir mal von 15 bis 5 Meter oder sowas. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich mache mal hier aus. So. Und dann werfen wir mal hier runter. Den roten Bond. Wir treiben natürlich jetzt immer noch ein bisschen. Also, von der Position hier, so in dieser Area jetzt hier. Das schwankt hier natürlich. Aber so grob in dieser Area, das wäre nicht so schlecht. Genauso hier mal testen. Und dann hier. Das hatten wir ja gerade schon gesehen. So, runterlassen. Hier sind wir schon auf 45 Meter. Ich ziehe nochmal hoch, denn wir haben hier gerade gesehen, das geht jetzt gerade raus. 24 Meter war da die letzte Meldung. Das heißt, wir ziehen jetzt hier mal selber mit der Anzeige. Wir sind jetzt hier auf 25 Meter. Und dann pilken wir jetzt hier einfach mal auf 25 Meter. Nicht dieses starke Pilken. So, normales Pilken. Da reicht sogar ein ganz kleiner Zupler hier mit der rechten Maustaste. Und dann kommen wir rein hier ins normale Pilken. So, und weil wir ja gerade gesehen haben, vielleicht sind wir schon ein bisschen wieder zu weit abgetrieben. Das ist halt so ein bisschen das Anspruchsvolle, sagen wir mal. Wenn man eben auf diese kleinen Spots hier angeln will, dann eben gucken, dass man ziemlich genau in der Nähe ist. Gut dahin treibt sozusagen. Und dann kann man da eben auch auf diesen Höhen ganz gut langziehen. 25 Meter. Ziehen wir nochmal ein bisschen mehr. Das war so grob in dieser Area und in der Tiefe hier pilken können. Na, ich glaube, ich fahre gleich nochmal ein bisschen näher dran. Was ich gerade suche, sind sowas wie Sardinen und Co. Wir haben hier wieder eine Meldung hier vorne. Da ist gerade das Echolot. Vielleicht ist aber auch dieser Köder gerade nicht interessant. Von der, mit der roten Färbung. Das kann natürlich sein. Jetzt auch ein paar Mal durchgepilgt. Also kein Ergebnis, gar nicht lange warten. Hier muss richtig Frequenz kommen. Ich teste jetzt mal den gerade gekauften, den Lörker. 100 Gramm. Der ist also nochmal ein bisschen kleiner. Und auch hier gehen wir mal nur auf diese 15, 20, 25. Zack. Nochmal einmal ein bisschen auf Spannung hier wieder. So. Und dann probieren wir das hier auch nochmal mit dem Lörker. Und ich gucke nochmal wieder hier aufs Echolot, wo wir denn hier sind. Ja, wir treiben schon stark ab gerade. Also werden wir sehen. Wir haben gerade hier angefangen. Hoppala. Hier in dem Bereich. Und wir sind jetzt hier schon mittlerweile hin abgetrieben. Also heftige Drift gerade. Das wird natürlich ab und zu begünstigt durch schlechtes Wetter. Wir haben hier manchmal richtig starke Sturmböen. Das heißt, das kann natürlich zusätzlich dazu führen, dass das ein bisschen schwierig ist. Vielleicht idealerweise, wenn ihr euch das kaufen wollt, einfach schon mal vorher gucken. Wie wird denn das Wetter? Kommt starker Sturm in den nächsten 5 Stunden, die ihr dann da seid? Wenn starker Sturm angesagt ist oder stark Regen, dann würde ich das auch eher weniger machen. Vielleicht eher so ein bisschen gemischtes Wetter mitnehmen. Dann habt ihr auch ganz unterschiedliche Ergebnisse bei den Spots. Denn das Wetter beeinflusst hier auch schon ganz stark. Ich fahre nochmal zurück zu dem Riff. Ach guck mal, jetzt haben wir hier auf Grund, aber da kommt noch ein großer Spot gerade rein. Gucken wir mal, hier waren wir eher auf 20 Meter wieder. Und da sind wir am Riff, da wird wieder was angezeigt direkt. Und wir lassen uns einfach runter. So, mit dem Lurker jetzt. Bewegung in Grundnähe haben wir schon. Und dann können wir jetzt hier auch schon wieder ein bisschen driften. Und pilken. Also einfach über den Grund jetzt ziehen lassen. Und zusätzlich auch noch pilken. Na guck, ich bin nochmal nach vorne gegangen. Denn da war gerade auf der Karte eine kleine Markierung. Das hier, genau da ist sie noch. Das auf 2 Meter Tiefe, also ganz flach hier schon was ist. Vielleicht haben wir hier die Chance ein paar Makrelen zu fangen. Hier war schon mal eine ganz kleine. Im 5 Meter Bereich. Das wäre natürlich richtig gut. Also je flacher, also je weniger weit auswerfen, desto schneller können natürlich hier auch die Bisse kommen. Andererseits ist eben dieses Bewegen in Grundnähe auch immer ganz praktisch. Denn da können immer so einige Fische reingehen, wie Seeskorpion zum Beispiel. Das ist mal ganz angenehm. Die sind halt häufig dann da. Und dann kann man damit eben auch schon mal eine ganz gute Frequenz einfahren. Ich fahre nochmal so ein bisschen an die Spitze da vorne gerade. Immer wie gesagt, schön auf den Untergrund achten. So. Motor aus. Und einfach direkt wieder runter. Auf 5, 6 Meter, 8 Meter Tiefe. Zack. Wir haben sofort Bewegung in Grundnähe. Und können dann hier sofort wieder anfangen. Da muss man, wie gesagt, auch gar nicht ganz schnell irgendwie losfahren. Rumprettern hier mit Vollgas. Denn dann verpasst man schnell die Spots. Wie gesagt, auch die Anzeige ist dann halt sehr irritierend. Schaut euch dazu am besten nochmal das Tutorial zum Echolot an. Damit man da auch richtig erkennt und versteht, wie das funktioniert. Ja, andere Möglichkeit natürlich, wenn man dann so ein bisschen freier rumfährt. Also letzten Endes, egal wo ihr hier seid, der gesamte Fjord immer wieder lohnenswert. Aufs Echolot gucken, diese kleinen Markierungen, diese Umrandungen, diese Spots, diese Tiefen, Untiefen. Immer wieder gucken, wo viel Population ist. Kurz anhalten. Hier oben ist auch nochmal eine Area, die immer wieder ganz gut funktioniert. Hier in diesem Zwischenbereich. Kurz anhalten. Und dann testen. Wenn ihr natürlich gar keinen Bock drauf habt, hier mit dem Boot rumzufahren, weil euch das vielleicht einfach ein bisschen zu weird ist. Oder ihr habt einfach mit dem Bootfahren nicht so Lust. Man kann auch hervorragend vom Land aus einfach hier das Meeresangeln machen. Dazu am besten nochmal die Von-Land-Videos angucken auf dem Kanal. Da gibt es schon einige zu. Einmal hier aus der Area, hier aus dem Bereich, hier drüben, da ist der Affenfelsen zum Beispiel. Dann gibt es hier in dem Bereich die Möglichkeit zu angeln. Also es gibt mehrere Stellen, wo man eben auch richtig gut vom Land aus angeln kann. Und das auch eben mit ganz simpler Montage. Na guck, den nehmen wir doch gerne mit. Einen Steinkühler. Sofort mit dem nächsten Fisch. Zack, Level up gehabt. Plus 0,2 wieder. Das ist richtig gut. Also jeder kleine Fisch bringt hier natürlich einen richtig schönen Boost. Auch geldmäßig. Silbermäßig ist das ein richtig guter Fisch. Wir sind hier jetzt auf 20, 15 Meter, ungefähr 20 Meter schon in Grundnähe. Das heißt, hier jetzt einfach weiter probieren, wenn da so ein Fisch ist. Testen, weiter testen an der Stelle. Aber bedenken, wir treiben weiter. Der Spot ist gleich wieder weg sozusagen. Also das ist eben der Punkt. Wenn man, wie gesagt, das nicht so will, dass man nicht so ganz weg treibt immer. Da ist aber schon der Nächste. Und wieder abgehauen. Also direkt wieder Bügel auf und runter lassen. Und wieder weitermachen. Dann einfach hier auch auf die Sandbänke fahren. Und da fahren wir jetzt gleich auch nochmal hin. So, wir fahren jetzt mal eben hier zur 34 Meter tiefen Sandbank und werden uns einfach hier so um die 34 einfach schön mittig hin platzieren. Weil wir dann eben mit der Drift, egal in welche Richtung wir dann driften, immer schön auf der Sandbank bleiben. Und wir driften dann sozusagen hier eine Area einfach ab und bleiben immer ungefähr auf der Nähe. Wie gesagt, kleiner Nachteil hier. Es ist 34 Meter tief. Das heißt, die Köder sinken natürlich oder es braucht viel länger, dass wir dann hier auf dem Grund sind. Und nächster Punkt. Hier können auch schon mal richtig große Brocken reingehen. Also ab hier wird es langsam gefährlich. Also genauso auch hier 41er. Hier werden auch schon ab und zu mal große Haie gefangen. Oder auch hier die 30er. Also diese drei Bänke, die kann man durchaus natürlich nochmal beangeln, wenn man auch ein bisschen Action haben will. Wie gesagt, zu empfehlen anfangs ganz viel im Fjord angeln. Einfach auch für Frequenz. Die meisten XP, die meisten Skillpunkte bekommt man am Nordmeer mit den Kleinfischen. Auf einer hohen Frequenz, auf viele kleine Fische gehen. Ja und solche Spots hier, solche Populationen und zwar meine ich jetzt hier diese oberen. Also hier 15 Meter sowas hier. Das ist halt gut. Wenn man nach sowas Ausschau hält, das ist immer wieder interessant. Der Bereich hier 30, 40 Meter ist weniger interessant. Kann man auch machen, aber das sind häufig so Köhler und sowas, die in der Höhe unterwegs sind. Und im Grundbereich können dann auch schon mal richtig große Brocken unterwegs sein. Aber was für uns am interessantesten ist, für's, guck mal hier, super dichte Population. Zack, 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 zack. Einer nach dem anderen. Das hier, das sind solche interessanten Spots. Da durchaus einfach mal anhalten und dann flach auswerfen. Guck mal hier, ich mach mal sofort Stopp. Sind wir schon an der Stelle. Wir sind schon dran vorbei wieder. Aber hier fahren wir jetzt gleich nochmal zurück. Das gucken wir uns auch nochmal eben an. Beziehungsweise ich fahre einfach mal weiter zur Mitte. Also nochmal eben korrigieren. Die Richtung einschlagen. Wir werden sowas auch hier irgendwann in der Mitte finden. So. Genau. Einfach nochmal mittig reinfahren. Und jetzt sehen wir schon, hier kommt jetzt die Sandbank auf dem Echolot. Das wird alles jetzt hier angezeigt. Schön dicht an dicht. Also hier ist richtig was los auf der Sandbank. Und jetzt machen wir hier einfach mal den Motor aus. Nehmen unser Setup wieder raus. Jetzt treiben wir noch ein bisschen. Und direkt vor unserer Nase vorne. Da kommt gerade was auf 30 Meter Tiefe. Da sehen wir gerade eine große Population. 30 Meter, 32 Meter. Ja. Also gucken wir mal. Wir lassen mal absinken. Wir sind jetzt schon bei 30 Meter. Zack. Einmal wieder Schluss. Einmal den Bügel wieder zu. Kurze Spannung wieder aufbauen. Jetzt haben wir hier schon die ganze Zeit stehen. Bewegung in Grundnähe. Und dann leicht reingehen hier ins Pilken. Denn ich habe das auch auf die Tastatur gelegt. Auf den Nummernblock hier auf die Komma-Taste. Da habe ich immer die rechte Maustaste. Und linke habe ich auf der Null. Das heißt man kann dann hier immer noch schön das entspannt auch mit der Tastatur machen. Finde ich immer ganz angenehm. Dann kann man nämlich das einfach so lassen. Und das ist immer ein ganz wichtiges Ding hier auch. Wir pilken so ein bisschen hoch. Sind vom Grund weg. Pilken runter. Und sind wieder auf dem Grund. Das heißt wir haben quasi so zwei Trigger. Immer wieder dieses Grundnähe. Und immer wieder das Pilken. Das ist genau so ausjustiert jetzt von der Höhe. Da muss man halt manchmal für eine halbe Drehung mehr machen. So leicht einkurbeln wieder. Oder doch wieder den Bügel kurz aufmachen. Und dann eben gucken, dass man immer so schön beides hinkriegt. Pilken in Grundnähe zack da mal bis. Oder Pilken eben ohne Grundnähe. Aber diese Bewegung in Grundnähe dabei zu haben ist immer ganz praktisch. Ja und dann geht das schon los hier. Also gerade hier auf den Sandbänken immer mal wieder gerne irgendwelche Plattfische auch dabei. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wobei die dann auch schon mal ein bisschen schwierig werden können. Übrigens hier auch Kescher nicht vergessen. Der erste kleine Kabeljau. Mein größten Kabeljau hatte ich hier auch gefangen als Trophy. Also hier gehen auch die ganz großen Brocken rein. Wenn euch sowas passiert, naja, dann erstmal viel Spaß natürlich gewünscht. Weil das kann richtig, richtig, richtig Action geben. Und hart in den Drill reingehen. Vielleicht schafft ihr das mit dem Setup einen großen Kabeljau zu drillen. 600 Meter Schnur hat man drauf. 36 Kilo ist das Setup ausgelegt. Es könnte schwierig werden oder es wird schwierig. Ganz sicher sogar. Aber machbar ist es. Also mit viel Glück kriegt man vielleicht so einen Brocken rausgezogen. Wenn ihr euch allerdings denkt, ja verdammt Alter, der versaut mir jetzt hier meinen Stundenschnitt in Silber und allem. Ich habe ja nur 5 Stunden Zeit. Und wenn ich jetzt hier eine Stunde lang so einen Fisch drill, der eigentlich viel zu groß ist für mein Setup, dann macht einfach den Bügel dicht. Also Bügel zu, abreißen lassen, das gesamte Setup einpacken, alles wieder auspacken und weitermachen. Seehase, sehr schön. Weitermachen mit dem kleinen Setup hier oder mit den kleinen Ködern und auf kleine Fische. Denn das Wichtigste ist jetzt hier bei der Meerestour hohe Frequenz, viele Fische, ein nach dem anderen rausziehen. Das ist das A und O. Also so macht man dann eben auch Prozente. Viele Fische, wie gesagt, fangen in einer guten Frequenz und im Idealfall, wie gesagt, wenn ihr was findet, was noch flacher ist, eben als hier diese 35 Meter. Da auch immer mal wieder gucken, ob da was ist. Dann da angeln. Aber es scheint ja hier auch ganz gut zu gehen. Einfach hier gerade nur, ich zeige gleich nochmal den Pilker. einfach nur hier auf dem kleinen Setup. So. Und dann war sogar noch was Besonderes. Hier gestreifter Seewolf. Bisher alles unmaßig. Also, wenn das alles zu klein ist, dann ändern wir hier vielleicht einfach nochmal den Köder. Wir hatten ja gerade gesehen, dass das so ein bisschen bläulich, dass das funktioniert. Ich nehme mal den hier. So Türkisfarben. Der hat auch noch so einen Puschelhaken dran. Zwei Nuller Größe. So, dann werfen wir den einfach mal aus. Vielleicht funktioniert der ja auch ganz gut hier an der Stelle. Und liefert dann noch die etwas größeren Fische. Absinkgeschwindigkeit ist soweit noch ganz gut. Je mehr wir dann später hier an Trellafiti, nennen wir es mal, an Zusatzhaken, Lockmittel, Trailer, Filets, Kunstköder und so weiter, Leuchtperlen. Je mehr man hier dran hat irgendwann, umso langsamer sinkt das Ganze runter. Das hat ja alles ein bisschen Auftrieb. Umso länger braucht es, bis es unten dann ankommt. Aber jetzt, wenn man nur damit unterwegs ist, geht das schon mal ganz gut. So, also wieder auf Spannung. Zack. Und dann heißt es hier wieder rein ins Pilken. Ja, und so und so ähnlich kann es dann weitergehen. Und dann macht man schon seine paar tausend Silber und wahnsinnig gut XP und Level hier am Nordmeer. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, da drauf, einfach mal reingehen. Hier habt ihr jetzt die Anzeige. Genau, es verbleiben vier Tage, zehn Stunden. Also das ist doch auch richtig gut. Und diese Nordmeer-Tour, wie gesagt, ab jetzt mit dem letzten Patch nochmal machbar, dass man das Ding dreimal bucht. Das wurde also nochmal zurückgesetzt und ja, dann kann man hier eben diese Tour nutzen, ohne dass man sich irgendetwas kauft. Außer eben hier einmal vielleicht die 95 Gold, also 0,95 Gold, ein Gold quasi. Und dann kann man schon auf die Nord-Tour gehen oder man holt sich einmal drei Gold und ab geht es. Und dann macht man schon einen ordentlichen Boost. Boost. Nichtsdestotrotz, ich sehe das Ganze immer noch ein bisschen kritisch. Immer bedenken, wenn ihr das macht, boostet ihr euren Account super schnell nach oben. Und der Lerneffekt ist deutlich geringer. Man steht zwar hier am Nordmeer, macht das, was die ganz Großen machen oder nahezu, aber vom Skill her rennt ihr immer noch rum wie ein Level 5er sozusagen. absolut planlos im Game. Das macht das Ganze hier natürlich ein bisschen tricky. Ich bin da kein Riesenfan von. Ja, wenn man schon weiß, was man tut, ist es natürlich ein guter Push. Aber der Skill und die Erfahrung vor allem nach diesen Boots Touren, also man macht dreimal die Boots Touren nach diesen 15 Stunden, stehst du dann vielleicht mit Level 25 irgendwo am Süßwasser und hast absolut keine Ahnung, was dann da funktioniert, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Von daher nochmal, ab in die Tutorial-Serie 2023. Da wird alles Stück für Stück erklärt und am besten immer da, wo ihr gerade seid, zack, nochmal in die Tutorial-Serie reingucken oder in die Playlist zur alten Festung, Playlist zum Koori, zum Bärensee und so weiter. Und dann Infos, 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 Infos. Die ersten 1000 Stunden im Game braucht man einfach nur Infos. Es ist ein Marathon, das Game, da kann man nicht mal eben schnell hier durchsprinten. Das wird so leider nichts. Nichtsdestotrotz viel Spaß mit der Nordmeer-Tour. Gönnt euch das Ganze, zieht rein die Brocken und ich hoffe, ihr habt ein paar richtig geile, dicke Drills und vielleicht schon die ersten Trophys oder Super-Trophys, die am Nordmeer hier reinrasseln. Das wär's natürlich. Wenn's dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf YouTube und im Livestream auf Twitch. Immer zeitgleich 19 Uhr, Montags, Mittwochs und Freitags. Bis zum nächsten Mal, Petri. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.